Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge. Wir sind jetzt schon mal in Larvik angekommen, wo wir als nächstes natürlich zuerst das wundervolle Heldenrennen machen, zu Ehren der Göttin. Wir sehen, ob wir es schaffen. Ich wurde bereit geboren. Gehen wir es an. Vorsicht. Es ist eine große Ehre, aber auch eine große Gefahr. Jetzt ein Gang. Es ist Zeit für das große Rennen. Zu Ehren Freyas reiten Geralt von Riva und die letztjährige Meisterin Astrid die Viper. Oh, die Viper. Komm schon, Plätze. Komm schon. So. Mach ich doch. Ach, einfach abkürzen, ja? Ähm. Äh, hä? Da war eine Eiferwand. Willst du mich verarschen? Au, au. Du hast verloren, aber gegen die Beste. Auf deine Teilnahme am großen Rennen kannst du stolz sein. Mhm, ich platze vor Stolz. Bis nächstes Mal. Möge deine Axt nie zerbrechen. Die Viper wird den Ball verschlecken. Um ganz ehrlich zu sein. Ich wurde bereit geboren. Die haben es alle gesehen. Ich wollte dort weiterrennen. Und die so, pfff. Bäh. Aber auch eine große Gefahr. Machen wir nicht. Es ist... Äh, das kann ja wohl hier wohl sein. Alpha for the win, ne? Oh, sieh. Aus dem Weg. Sonst bist du tot. Oh. Diesmal bin ich über die Abkürzung. Ich hab einfach mal vorsichtshalber das so gemacht, ne? Man kann ja nie wissen. Das Heldenrennen ist zu Ende. Geralt von Riva hat Astrid Evipa geschlagen. Der Weiße Wolf, der Außenseiter, hat gewonnen. Tolles Rennen. Die Göttin wird zufrieden sein. So wie du mit deinem Preis. Nicht schlecht muss ich schon zugeben. Ich weiß nicht, was ich in einem Jahr mache, aber ich will wiederkommen. Letzte Nacht war... Donnerreiter. Haben wir es geschafft. Gut. Sehr schön. Noch ein besserer Sattel. Jetzt haben wir serikanische Satteltaschen, Sattel und Scheuklappen. Das ist doch wahrscheinlich erst mal im Hauptspiel so das Beste, was du kriegen kannst, oder? Vielleicht vom Gefühl her. So, das passt alles noch. Genau, dann gucken wir uns jetzt noch die Fragezeichen an. Und gucken wir noch so ein bisschen hier in der Gegend rum. Wer ist das? Ja, dann gucken wir mal. Dann geht's auf jeden Fall weiter mit der Hauptquest. Dann dürfte uns zumindest erstmal nicht so schnell wieder was in die Quere kommen, dass die Hauptquest hingeht. Ah ja. Eine Hülle. Natürlich. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Ich verstehe jetzt noch nicht so richtig, warum der jetzt hier uns angegriffen hat und jetzt auch noch sterben musste. So gefühlt für nix. Sof. 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 Und wie immer, wenn es was zu erkunden gibt, wir noch keine Ahnung haben, wo was ist eventuell, dann laufen wir nicht mit Plötzer lang, sondern natürlich komplett zu Fuß. Wenn wir dann wissen, dass hier nichts ist oder nichts wahnsinnig interessantes zumindestens, dann können wir immer noch lang greifen. Wildhunde, ja? Sind die Wildhunde irgendwo hergekommen? Also sind die irgendwo ausgesetzt worden? Ist das irgendeine Siedlung zerstört und deswegen sind die da? Oder woher kommt das? Ich meine, ja, es könnte auch natürliches Wildhundvorkommen sein. Aber sind es dann nicht eher Wölfe? Oder sind Wildhunde dann hier so eine Zwischenstufe? Naja, auf jeden Fall sind sie erstmal tot. Ach, eine verlassene Stätte. Hm! Hm? Hm 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 hm! Hm 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 hm. Hm hm hm. wir jetzt noch mal in den augen Ja... Ah, schön. Ich spiele die Kinies wieder. Oh, das ist ja cool. Darf ich da auch alles nehmen? Entschuldigung. Ich musste mich da jetzt mal so vorbeiklötschen. Solange du mich nicht anspuckst, sondern nur vor den Füßen ist das schon okay. Nicht gewöhnt. Hat er schon versucht. Hat er nicht geschafft. Ja. Das stimmt. Was die hier überall an Schnaps und sonstigen alkoholischen Sachen da haben muss. Traumhaft. Ja. Oh, mein Papier? Hm? Ja. Da. Warte mal. Errühnien-Auge. Hatte ich noch was offen bei Alchemie? Nee, ne? Gut. Mit. Na komm, ne? Wenn wir die jetzt hier schon befreit haben, dann könnten die ja ruhig mal die ein oder andere Geschichte... Ne? Hallo, alter Mann. Nein. Nein, das lag hier vorher auch bloß rum. Können sie uns das hier so einfach geben? Das wäre jetzt wirklich nicht so schlimm sein. Wären wir nicht da, hätten sie das gar nicht. Hm? Wir nehmen denen ja nicht alles weg. Nur alles, was wir looten können. Aber guck mal, danach bleibt ja immer noch einiges übrig. An Fleisch... An anderen zu essen und zu trinken. Und Werkzeugen und Fällen und Bücher und... Tja, alles noch da. Ist nicht alles weg. Daher finde ich schon das okay. Freunde der Jahre. Retter gewöhnlicher Leute. Ha! Hol dich der Teufel! Gut. Auch kein Anschlagsbrett und nix. Ja, dann... Das nächstes dahin und dann unweigerlich... zu Triss. Ich auch. Aber kannst du auch eine Axt füllen? Aber kannst du eine Axt füllen? Aber kannst du eine Axt füllen? Aber kannst du eine Axt füllen? Ich hab zu tun. Okay, ich auch. Ich mach hier so ein kleiner, angespülter... ...Griffsfriedhof. Und hier spielt ein kleines Kind. Aber da drüben hab ich doch eindeutig ertrunkene gehört, oder? Also da hinten. Ja, ich seh sie sogar. Junge du, das ist aber nicht... ...nicht sehr sicher hier für dich. Da müssen wir wohl wieder Monster töten. Ist alles nix. Aber ich find's... Ich find's echt geil, nochmal um auf vorhin... ...zurückzukehren, ne? Wir haben... ...in unserer gesamten... ...Arbeit, die wir hier reingesteckt haben... ...in das Savegame... ...haben wir so verschiedenste... ...Begegnungen gehabt. Verschiedenste Quests gemacht... ...und, und, und. Haben sehr viele Monster dort... ...quasi... ...einfach mal verschont. Und ganz normal am Leben gelassen. Den gesagt, ja, hier, passt auf, geht so nicht. Aber ansonsten... ...wird weiterleben. Und das hat uns zum Schluss davor bewahrt... ...mit dem... ...jetzt in den Kampf gehen zu müssen. Finde ich schon ein bisschen cool. Es ist so ein... ...vor allem so lang angezogen. Ist ja nicht einfach so... ...ja, eine Quest, bla bla bla... ...und dann... ...quasi... ...eine direkte Konsequenz, wie mit diesem... ...Scheiß Hans Verdun... ...den wir erst noch retten, dass er nicht von irgendwelchen Ertrunkenen zerfetzt wird... ...und dann... ...so auf einmal irgend so ein Sackgesicht. Ne, sondern hier... ...hätten wir bloß eine Quest gehabt... ...wo wir da eine irgendwie haben... ...leben lassen. ...oder... ...einen... ...umleben lassen... ...dann hätte es ja nicht mal gereicht. Dann wäre ja so... Vielleicht hat auch der Wumabum... ...quasi den Ausschlag gegeben... ...weil damit ja der Fels-Troll auch auf unserer Seite war. ...mh... 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 ...den... ...dick ja... ...quests... Warum greifen denn jetzt die Harpien hier an, bitte? Na, komm doch her. Ja, sag ich doch. Ich könnte ja auch dieses komische gelbe Horn da nehmen, aber irgendwie fallen die da immer nur ein Stück weit runter, aber nie auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob das bei Harpien auch geht oder ob das nur bei Silenien geht. Können wir mal ausprobieren, oder? Von Wölfen? Wir verlassen Städte von Wölfen, woran? Oh, gut. Oh, schau. Oh, schau. Oh, schau. Oh, schau. Oh, freut er sich wieder, der Klein-Geralt. Er mag das nämlich immer, wenn er hier diese Steppen ausräuchert. Und dann die Leute wieder strinne schön leben können, also. Sein Herz ganz tief erwärmt hier, ganz, ganz tief. Ja, ja, ich sag's dem Ja, weil der ist nämlich zuständig. Will der zwar gar nicht wissen, aber ich weiß auch gar nicht, was ich dem sagen soll, aber... ...wir sagen dem das einfach mal. Mama hat gesagt, dass du ein Held bist. Das ist gut für mich. Aber du bist kein Held. Und das... Da... Sei gegrüßt, Fremder. Na, von hast du denn hier so? Ich würde mir gerne deine Schwerter ansehen. Ah, ja. Er hat einfach mal so ordentliche Schwerter, ist ganz normaler Händler. So, aber ihr wisst es doch selber, ne? Wir haben jetzt hier die Sachen durch, wir haben da die Sachen durch. Hier haben wir noch zwei, aber da haben wir noch einen kleinen versteckten Schatz. Er war aber auch noch etwas zu hochlevelig, könnte sein, dass es jetzt geht und hier war auch noch irgendwas. Weiß ich auch nicht mehr, aber was ich damit meine. Wir haben jetzt erstmal soweit alles durch und damit geht es jetzt ganz normal, ordentlich, zielgerade weiter mit der Hauptquest. In der nächsten Folge. Entschuldigung, es schlagt mich doch immer dafür. Schön, freu ich mich. Fetzt, fetzt, fetzt. Und wir haben gerade gesehen, wir haben auch noch einen Punkt bekommen. Den klatschen wir auch gleich hier noch bei Synergie mit rein. 39%, 39%, 780. Statt 630, 30. Das kriegen wir hier noch auf 45, 45. Und was ist es dann da oben? 900, müssen wir das dann noch kriegen. Ja, schick, schick. Alles klar. Und nun erstmal, vielen Dank fürs Zusehen. Cheerio. Tschüss. 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 Vielen Dank.